Moin Leute, Venom Amps zu der Back und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute ist der Tag gekommen, auf meinem Kanal beginnt ein brandneues Format. Und zwar heißt das Format von Arm zu Reich. Für dieses Format habe ich mir einen brandneuen Account in GTA Online erstellt mit Level 0 und 0 GTA-Dollar. Und das Ziel ist es, dass ich mich zusammen mit euch in diesem Format hocharbeite. Das heißt so viel Geld wie möglich zu verdienen und auch ein möglichst hohes Level zu erreichen. Das Ganze ohne Glitches, ohne Moneyboost oder sonst irgendwas. Also einfach nur auf richtigen Wege in GTA Online. Und ich werde euch in diesem Format mitnehmen und euch die besten Wege und Methoden zeigen, um zum Millionär in GTA Online zu werden. Dieses Format wird ungefähr alle zwei Wochen hier auf meinem Kanal kommen. Warum mache ich das Format? Ganz einfach, weil die meistgestellte Frage bei mir ist. Yo Venom, wie kann ich viel Geld verdienen? Und dementsprechend glaube ich, dass dieses Format und diese Videos euch extrem helfen können. Und wir starten rein, Leute. Da ich mir einen neuen Account auf der Playstation 5 erstellt habe, haben wir jetzt die Möglichkeit, den Karrierestart von GTA Online zu benutzen. Das heißt, wir haben jetzt gerade direkt am Anfang von Rockstar Games 4 Millionen Dollar zur Verfügung bekommen. Und können jetzt eben ja dieses ganze Geld verwalten und uns erstmal für vier verschiedene Optionen entscheiden. Ich habe mich hier für die erste Option, also das Büro entschieden. Und jetzt haben wir hier weitere Auswahlmöglichkeiten, die wir treffen können. Und wie wir jetzt eben unsere 4 Millionen Dollar am Anfang investieren können. Ich habe mich jetzt bei meinem Büro einmal für die Mace Bank West entschieden, was mir jetzt insgesamt 1,3 Millionen Dollar gekostet hat. Und dann habe ich mir noch direkt ein weiteres Lagerhaus für 900.000 Dollar obendrauf gekauft. Und das würde ich euch auch empfehlen, denn damit kann man am Anfang ziemlich gutes Geld verdienen. Jetzt habe ich noch 1,7 Millionen Dollar zur Verfügung. Die könnten wir theoretisch behalten, aber ich investiere sie jetzt auf jeden Fall in ein Auto. Denn ein Auto ist extrem wichtig und zwar der gepanzerte Kuruma. Das kann ich euch empfehlen. Der gepanzerte Kuruma ist für Missionen das beste Auto. Und wenn wir den von Anfang an auf unserem Account haben, dann können wir die Mission viel, viel einfacher und auch viel, viel schneller machen. Jetzt haben wir noch ein paar Waffen zur Auswahl. Die würde ich auch kaufen. Also nicht alle, aber einige auf jeden Fall. Denn ja, Waffen sind auch eben einfach notwendig, damit wir die Missionen gleich spielen können. Ziemlich genau 900.000 Dollar haben wir jetzt noch zur Verfügung. Und die würde ich sagen, behalten wir jetzt auf jeden Fall mal, damit wir noch einen kleinen Vorrat haben, falls wir uns gleich irgendwas anderes noch kaufen müssen. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir rein. Wir starten GTA Online. Zuallererst müssen wir jetzt diese Einführung von unserem Karrierestart abschließen. Und dann werden wir auch schon relativ zügig in unser eigenes Büro geführt. Und das ist der Punkt, an dem jetzt unsere Reise zum Millionär beginnt. Wir haben hier im Büro einen eigenen Computer, an dem wir uns jetzt einmal hinsetzen. An unserem Computer können wir jetzt einmal unser Lagerhaus öffnen und als allererstes mal ein paar Kisten beschaffen. Das sind die ersten Kisten, die wir jetzt holen. Das Ganze funktioniert in Form von einer kleinen Mission. Heißt, wir holen die Kisten und liefern sie direkt in unser Lagerhaus. Jetzt können wir auch dann ins Lagerhaus reingehen. Wir sehen, dass wir hier einen weiteren Laptop haben, auf den wir zugreifen können. Und über diesen Laptop können wir dann diese beschaffte Kiste, also die beschafften Waren, direkt wieder weiterverkaufen. Auch das ist wieder eine kleine kurze Mission. Und nach ungefähr 8 bis 10 Minuten Aufwand haben wir dann unsere erste Auszahlung bekommen. Und zwar 54.000 Dollar. Man unterscheidet bei einem Lagerhaus zwischen einem kleinen, einem mittleren und einem großen Lagerhaus. Die kosten natürlich alle unterschiedlich viel Geld. Das, was wir uns geholt haben für 900.000, das ist ein mittleres Lagerhaus. Aber dazu kommen wir später nochmal. Das Prinzip ist also ganz einfach. Wir besorgen uns Kisten und verkaufen diese Kisten dann von unserem Lagerhaus eben für mehr Geld. Was ich euch empfehlen kann, ist nicht einzelne Kisten zu verkaufen. Sondern erstmal euer Lagerhaus zu füllen. Das heißt, ihr besorgt euch Kisten, 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 Waren, 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 sodass euer Lagerhaus eben gefüllt wird. Und ist euer Lagerhaus dann einigermaßen voll, dann verkauft ihr alles auf einen Schlag. Denn das wird euer Geld und eure Auszahlung einfach enorm anheben. Heißt, ihr bekommt dafür viel, viel mehr Geld, als wenn ihr die Kisten irgendwie immer direkt einzeln verkauft. Der nächste Schritt, den ich gemacht habe und den ich auch jedem von euch empfehlen könnte, ist, kauft euch ein weiteres Lagerhaus. Also ein zweites und das hat einen ganz bestimmten Grund. Denn nachdem ihr eine Kiste für euer Lagerhaus beschafft habt, habt ihr einen Cooldown. Das heißt, ihr müsst ein paar Minuten warten, bis ihr die nächste Kiste beschaffen könnt. Habt ihr aber ein zweites Lagerhaus, habt ihr diesen Cooldown nicht. Denn dieser Cooldown, also diese Wartezeit gilt eben nur immer für dieses eine Lagerhaus. Also ich besorge mir eine Kiste, muss dann 5 Minuten ungefähr warten. Habe ich aber ein anderes Lagerhaus, muss ich nicht warten. Und kann in der Zeit direkt die nächste Kiste für mein zweites Lagerhaus besorgen. Deswegen habe ich mir ein kleines Lagerhaus, ein zweites Lagerhaus für 250.000 Dollar gekauft. Und kann diese beiden Lagerhäuser jetzt eben parallel durchgehend mit Kisten auffüllen. Für ein komplett volles mittleres Lagerhaus bekommen wir knapp 1,5 oder 2 Millionen Dollar. Hin und wieder gibt es von Roxy Games auch einen Event-Wochen-Bonus, bei dem es dann eben doppeltes Geld auf das Lagerhaus gibt. Das ist zum Beispiel jetzt in dieser Woche der Fall. Heißt, wenn wir jetzt ein volles Lagerhaus verkaufen, kriegen wir nicht nur 1,5 Millionen, sondern tatsächlich 3 Millionen Dollar. Also wenn ihr das Video relativ zeitnah seht, nachdem ich es eben hochgeladen habe, kann ich euch empfehlen, zieht jetzt durch. Denn diese Woche gibt es beim Lagerhaus tatsächlich immer das Doppelte an Geld. Nachdem ich also ca. 1-2 Stunden Kisten für meine beiden Lagerhäuser besorgt habe, hatte ich insgesamt einen Lagerhauswert von 813.000 Dollar. Das ist schon eine ganze Menge, also meine Lagerhäuser waren fast schon eine Millionen wert. Bevor ich diese Kisten, also mein komplettes Lagerhaus aber verkaufe, kann ich euch eine weitere Geldmethode empfehlen. Und zwar öffnet mal die Karte und begebt euch dann zu dem gelben V. Bei dem gelben V könnt ihr nämlich die Vincent-Missionen, also die sogenannten Polizeimissionen zocken. Das sind 5 bis 6 Stück. Wenn ihr die alle gespielt habt, bekommt ihr dafür beim ersten Mal eine Auszahlung von 750.000 Dollar. Das Gute ist, ihr könnt diese Mission immer, immer wieder wiederholen. Und jedes weitere Mal, wenn ihr sie wiederholt habt, bekommt ihr dann 500.000 Dollar. Was auch noch gut ist, ihr braucht für diese Missionen gar nichts. Also es ist perfekt für jeden Anfänger, denn ihr braucht dafür kein Geld, keine besonderen Fahrzeuge, kein Unternehmen. Ihr könnt ja einfach hingehen und diese Missionen starten. Zudem machen diese Vincent-Polizeimissionen auch enorm viel Spaß. Und vor allem mit Freunden kann man die sehr, sehr gut zocken. Also Freunde, in der ersten Folge hatten wir jetzt tatsächlich zwei unglaublich gute Geldmethoden. Und zwar die Kombination zwischen einmal unserem Lagerhaus, was wir auffüllen können, und einmal den Vincent-Missionen. Unser Conwelles Lager werden wir dann in der nächsten Folge auf jeden Fall verkaufen. Und dann kann ich euch zeigen, wie viel Geld wir mit dem Lagerhaus, also mit unserem Büro jetzt, und das schon in der ersten Folge eben, gemacht haben. Mein Ziel ist jetzt erstmal so ungefähr 2 bis 3 Millionen Dollar damit zu verdienen, um mir dann weitere Unternehmen von diesem Geld eben kaufen zu können. Also habe ich fleißig weiter Kisten besorgt. Das Ganze habe ich übrigens mit euch zusammen im Stream auf Twitch gemacht. Also falls du Geld brauchst oder falls du mal Bock hast, mit mir zusammen Geld zu verdienen oder einfach mit mir zusammen zu zocken, schau mal gerne auf Twitch vorbei. Da bin ich aktuell tatsächlich jeden Tag live und zocke mit euch. Und ich glaube, damit können wir auf jeden Fall arbeiten. Und mit dem verdienten Geld können wir uns dann auch in der nächsten Folge direkt ein neues und zweites Unternehmen kaufen. Somit wächst unser Imperium und wir können Geld machen mit ganz, ganz vielen verschiedenen Optionen gleichzeitig. Schreibt mal gerne euer Feedback zum neuen Format und auch gerne der ersten Folge in die Kommentare. Was sollte ich verbessern? Sollten wir irgendwas verändern? Ab damit in die Kommentare. Auch immer gerne reinschreiben, Leute, wie viel Geld ihr gerade in GTA Online habt. Ist immer sehr, sehr interessant zu wissen. Dann würde ich sagen, bin ich raus. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Abonniert auf jeden Fall auch die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Schaut auf Twitch vorbei und ich bin raus. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut und ciao, ciao.